Sorens hat unsere Fangen, eh? Sie ist... Oh, naja... Dagramm ist alles mit der Präparation. Er sollte noch auf der zweiten Seite sein, nahe der Topf. Okay, das heißt wir müssen hoch in die zweite Etage und müssen dort dann mal die Treppe erkunden, äh, an der Treppe erkunden, äh, an der Treppe erkunden, Dagramm anlabern, die uns dann wahrscheinlich eine neue Mission geben wird. Hier ist hier unten schon sehen. Ich bin soweit bereit, ja. Okay, Zeit für Arbeit. Nicht mich runter. Never ever. Jetzt kommt es wahrscheinlich wieder in der Zwischensequenz. Das ist der Pänse, du bist ja übrigens hässlich. Ja, wir sind jetzt hier im Ballsaal wahrscheinlich. Nö, wenn es einfach nur... ...und zwar langeweile... Zael, wir sind auf Bezug, schau deinen Mund. Aber es ist fast nichts zu tun. Wollt ihr besser an es getrennt. Das könnte nicht ein One-Off sein. Wenn wir unsere Karten richtig spielen, werden wir diese Übungen regelmäßig anwenden. Ja. Komm schon, glaubst du das wirklich? Ich glaub das wirklich. Just pay attention. You don't want to embarrass yourself when the time comes. Oi! Machinerie! Here! Oh Gott, ja. You do not even look at the Count or Lord Jorau! You got that? Ah, gut. Das heißt, wir dürfen die nicht mal anlabern. If we can impress people now, then becoming Knights might not be a fantasy. Bla bla bla. Hey. Take a look. That's our boss. Count Argonen. Es, wo, wie, w-w-wet. Okay. He was the previous Count's younger brother. Had no title of his own. But the previous Count suddenly died some years ago. His daughter, Calista, should have succeeded him. Aber... But she's a woman. And at the time she was just a child. So that was when our boss stepped in to be the head of the family. That said, it's not all due to luck. He's got cunning and guile too. In only a few years, he's expanded his family's power and influence significantly. And that man next to him is Lord Jorau. Heir to the house of Duke Rambult. He's the man Lady Calista is going to marry. The house of Rambult is famous for having imperial blood in its lineage. But it's a house on the decline. Lord Jorau's marriage to the daughter of a mere Count can only be a play for power. They can see that the house of Argonen is on the rise. Lord Jorau and ladies, presenting Lady Calista. Oh wow. Look at her. They're standing right here. How do I look at her if she's not there? Lady Calista. God damn it. That's Lisa. Right? I don't know. I don't know. Lady Calista. Your beauty knows no bounds. Look at this rose. So lovely. But compared to you, it is but a weed. Now, walk with me. Walk with me. Oh, I'm a fine dog. You have a great love when you see. That guy. Zale, look. Isn't that... No doubt. It's Lisa. Tja, ich wusste es doch. Ich hab's von Anfang gesagt. It's like... She's a completely different person. Zale. Nobles are out of our league. All them also with the Count's niece. Don't forget what happened last night. For both your sakes. Okay. Sollte über sie vielleicht jetzt einfach mal anlabern gehen? Sollte über sie vielleicht jetzt einfach mal anlabern gehen? Seid ihr so. There's something wrong with Lady Calista. Steh doch da. Guckt mich an. Guckt mich jetzt an. Da stand ich doch gerade vor 10 Sekunden noch. Was? Wo bin ich denn jetzt schon wieder hin? Was? Wo bin ich denn jetzt schon wieder hin? Gott dammit. Weißt du? Wieso? Halb. Oh Gott. Oh Gott. There was a change to the roster when you pay attention. I have heard nothing. That's all. My good. Look. I cannot leave my position. Well said. Zale. New orders. Guard this spot. So. Jetzt können wir schnell zu der alten trennen. So. Jetzt kann sie sie an. Los! To us! To us! To us! To us! To us! Das fever. Na ja. Meuchtig. ABOUT nicht mentionieren daten einmal mehr. W Phil, wo mach mich schön sind? Meine Semigkeiten haben verw pembelgeplant. Alsθ Wie sagte er noch incorporate? Segen die Notarisko. Wie eine eh Sincele? Und dröblich. Adam Abgeordneter. Aber wie vic sempre. Wie School. Entschuldigung. Hey, niemand ist listening. Du hast meine Bescheidung speziell. Ich bin wirklich dankbar für deine Worte, Frau Frau. Aber wirklich, du bist der König? Ich muss sagen, ich war überraschend. Aber es erklärt etwas über die letzte Nacht. War ich so wunderschön? Nein. Ich dachte nur, dass ein schmerziger Oger sich selbst als Mensch beschlebt. Was? Was meinst du, ihm selbst? So, Halif, bist du okay? Du siehst, wie du weißt. Jetzt wird sie uns wahrscheinlich erzählen, dass sie gar nicht heilern will. Was? Was? Wenn du nicht heiraten möchtest, solltest du einfach den Offen abgeben. Aber mein Junge würde es nie lassen. Ich sage es immer wieder. Was? 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 Das ist der Steele. Sie stirbben! Du siehst, Philip. Oh na! Deber там! Dто abz tattoos. Du siehst du wieder hin sollte? Du siehst du über... Hier bist du! Rosie... Das ist Ich dachte mir irre. Sie ohne die Leidenschaft, machte eine ziemlich schlechtere Show, nicht wahr? Sie versuchen mich zu bemerken, meine Kitten? Nein, ich bin sorry, es ist nur... Ja, ja, egal. Jetzt kommt mit mir! Lord Jorale, bitte warte! Nur wer bist du? Ein Mercenari? Mein Lord, Lady Callista hat mich informiert, dass sie nicht gut fühlt. Bitte lasst sie für einen Moment. Ich werde keine solche Dinge tun. Sie ist meine Begründung. Was ich mit ihr mache ist meine Begründung. Stand aside. Wenn sie deine Frau ist, solltest du sie ein bisschen besser als das tun? Zale? Was hast du gesagt? Was sind deine Intentionen gegen Callista? Es scheint, dass du deine kleine Gespräche liefst. Lord Jorale, bitte warte. Das ist nicht so, wie es war. Warum hast du einen so schweren Wettbewerb? Oh, ich verstehe. Ich verstehe. Wie kannst du dich selbst über diese Begründung sein? Nein, du bist falsch. Ich werde nicht tolerieren, dass du offenbar wütendst, meine Begründung. Du schreibst. Du schreibst deinen Schraven, du schraubst. Was ist passiert? Wollt ihr Angst, du schraubst? Ich habe gerade jetzt gehört, die Kräuter. Na toll. Was bist du mit der Badele? Fass mich, du wirst. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Nein! Schau raus! Was ist das? Ich stehe sie hier! Du ziehst die Frau Kalista irgendwo sicher! Für jemanden, bitte! Schau! Kalista! Bleib zurück! Boah, da legt man sich ja nur auf! Okay, das heißt wir sind jetzt einfach im Club. Und die Aufmerksamkeit von ihr auf uns sächeln. So, was tun wir denn? Ich bin ein Merziner. Es ist mein Job, sie zu kämpfen. Dann werde ich auch kämpfen. Bist du aus deinem Gehirn? Das ist eine richtige Kampf. Du könntest sterben, wenn du nicht vorsichtig bist. Ich kann die Magik von hier. Plus, das ist mein Haus. Ich kann nicht nur bei uns stehen und sehen, dass die Blut, wenn ich es verletzt habe. Okay. Die Sturm bewegt sich schneller um einen bestimmten Punkt aufzunehmen. Wird, wird eigentlich durch. Wir wollen mal gucken, dass alle haben. Ich habe ein neues Tutorial. Warum kann ich das nicht angucken? Bitte! Okay, Zail. Hier. Ich sehe dich an deine Wälder. Danke. Die kann heilen. Ist das die gleiche Magik, die Morania benutzt? Wenn es um die Magik benutzt, kann niemand auf das Haus Argenon reifeln. Wirklich? Aber... Die Garak haben uns in Jahrzehnten nicht attackiert. Warum jetzt? Wir sollten uns vielleicht um die anderen Leute kümmern. Weil vielleicht könnte da unten noch ein bisschen was an Ärger sein. Es ist gefährlich hier. Find irgendwo, wo zu hide. Ich werde auch fighten. Was hat sie nicht gemacht? Was? Ich habe dir gesagt, meine Magik benutzen werden ohne Peer. Okay. Nur aufzunehmen. Genau. Okay. Und drücke A, um den Sturm auszuführen. So kannst du die Magiekreise aufwirbeln. Wirbel Heilkreise auf, um die ganze Gruppe zu heilen. Wirbel Offensive und Magiekreise auf, um feiner Umgang zu Schaden zuzufügen. Besondere Stabuseffekte an. Geil! Okay. Das sieht ungefähr dann so aus. Okay. Die Technik ist quasi mein Mana, würde ich sagen. Okay. Halt die A-Taste gedrückt. Jetzt kann ich sagen, okay. Hier soll feuern oder was. Bam. Ah. Ich verstehe. Ich habe es gecheckt, Leute. Also können wir jetzt weiterlaufen. Beziehungsweise hier draußen ist der Kampf schon mitten am Toben. Und wir werden uns dann jetzt beim nächsten Mal wiedersehen. Und äh... Ich bin ein Arsch. Ich weiß, weil ich wieder so geilen Stellen hatte. Aber wir sind genau an dieser Stelle das nächste Mal wieder. Versprochen. Ist versprochen. Und bis dahin, halt bitte die Ohren steifern. Und folgt euch auf den nächsten Parts of the last story. Bis morgen, meine Freunde. Euer Mattesl. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.